Hallo Romobilisten, ich bin hier an der Messe in Friedrichshafen. Hier war ja zwei Tage Händlertagung von Movera. Und jetzt, die Hümmergruppe will irgendwas bekannt geben. Es sind Händler versammelt, die werden zu einem Nachtessen eingeladen. Aber zuerst um 19 Uhr wird irgendwas bekannt gegeben. Was es ist, ich habe keine Ahnung. Mich interessiert es für Romoklik sowieso. Darum gehen wir rein und hören dazu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Familie Hümmer, geschätzte Handelspartner, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach diesem emotionalen Einstieg möchte ich Sie ganz herzlich hier in Friedrichshafen zu unserem Gruppenabend begrüßen. Nachdem wir als Gruppe schon länger herumgeistern, ist es uns ein Anliegen, dass Sie uns zukünftig als Gruppe besser wahrnehmen können. Dass wir ein Gesicht haben, nein, dass wir viele Gesichter haben, die Sie heute Abend sehen werden. Darüber hinaus haben wir uns als Gruppe einen einheitlichen Namen gegeben. Und wer könnte Ihnen besser als Carolin Hümmer selbst diesen näher bringen, wie wir zu diesem Namen gekommen sind. Liebe Carolin, darf ich bitten. Werte Handelspartnerinnen und Handelspartner, lieber Herr Lobbyjäger, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Damen und Herren. Zum heutigen Abend begrüße ich Sie ganz herzlich. Wir haben Sie eingeladen, um mit Ihnen einen für unsere Unternehmensgruppe ganz besonderen Moment zu teilen. Heute erhält die Hümmer Gruppe einen neuen Namen, um als Einheit gestärkt in die Zukunft gehen zu können. Die Hümmer Gruppe heißt ab heute Erwin Hümmer Group. Hinter diesem Namen stecken keine Geheimnisse, sondern ein ehrliches, bodenständiges und traditionsreiches Familienunternehmen. Beispielloser Pioniergeist und Erfinderreichtum, sowie gesellschaftliche Verantwortung für Mitarbeiter, Unternehmen und Umwelt. Dies sind die Werte, mit denen unser Vater unsere Marken erfolgreich machte. Auf dem Fundament dieser Werte werden wir auch die künftigen Erfolge der Erwin Hümmer Group aufbauen. Das geht aber nur gemeinsam, wenn wir uns alle als große Familie begreifen und zusammen als Team für unsere Ziele einstehen. Das gilt nicht nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ganz genauso auch für Sie, liebe Handelspartnerinnen und Handelspartner. Sie repräsentieren unsere Marken gegenüber den Endkunden. Sie sind entscheidend für die Kundenzufriedenheit. Bei der Beratung genauso wie beim Verkauf und in der Werkstatt. Mit dem Namen Erwin Hümmer Group bekennen wir uns als Eigentümerfamilie heute und für die Zukunft zur Unternehmensgruppe. Und zu Ihrem Anspruch, den Markt rund ums mobile Abenteuer mit aufregenden neuen Lösungen spürbar mitzugestalten. In unseren Vorstandsvorsitzenden Andreas Lohberjäger, in unsere gesamte Führungscrew und in alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir großes Vertrauen, dass Sie die Gruppe gemeinsam erfolgreich in die Zukunft führen. Meine Familie und ich freuen uns sehr auf diesen gemeinsamen Weg. Caroline, vielen Dank. Diesen Namen sehen wir als Verpflichtung. Und es ist mir wichtig, dass auch Sie erkennen können, was sich dahinter verbirgt. Und obwohl Sie schon einige Marken- und handelnden Personen kennen, möchte ich Ihnen die Gruppe nun ganzheitlich näher bringen. Wir sehen uns als Unternehmensgruppe gegenüber den Herausforderungen unserer Branche gut gerüstet. Ich bin der Überzeugung, kein anderes Unternehmen ist so gut aufgestellt wie die Erwin Hümmer Group. Kein anderes Unternehmen hat die Weichen so bestellt, das Haus so bestellt wie die Erwin Hümmer Group. Sie werden bei keinem anderen Unternehmen einen so engen Schulterschluss zwischen den Eigentümern der Familie Hümmer und dem Management, den Führungskräften finden, wie bei uns. Wir hingegen sehen unsere Zukunft in der mobilen Freizeitgestaltung und das alternativ und kompromisslos. Wir sind eine global agierende Gruppe mit starken Marken, die über gemeinsame Werte und Ziele verbunden sind. Unser Zukunftsanspruch ist kein geringerer, als dass wir die Referenz für mobile Freizeitgestaltung sein wollen. Das, was uns antreibt, ist unsere Leidenschaft für die ganz besondere, unserer Meinung nach einzigartige Urlaubsform. Wir wollen Menschen begeistern, Freiheit, Unabhängigkeit und Individualität in ihrer Freizeitgestaltung neu zu erleben. Mit dem Produkt- und Dienstleistungsangebot unserer Marken bieten wir innovative und hochwertige Lösungen für alle Aspekte der mobilen Freizeitgestaltung. Geschätzte Handelspartner, nach der Idee, alles aus einer Hand, bietet die Erwin Hümmer Group mit einer zielgruppengerechten Positionierung der Marken ein Produktangebot, das alle Fahrzeugsegmente von der Einstiegs- bis zur Luxusklasse abdeckt. Dabei beschränkt sich unser Angebot nicht nur auf Fahrzeuge. Unser Anspruch ist ein Angebot 360 Grad um die Welt der mobilen Freizeitgestaltung. Dazu gehören auch die Elemente Zubehör, Aftersales, Finanzdienstleistungen. Unsere Gruppe verfügt mit Ihnen und den mehr als 800 Handelspartnern in Europa über das leistungsstärkste Vertriebs- und Servicenetz der Branche. Gemeinsam mit Ihnen ist die Erwin Hümmer Group schon heute die Nummer 1 in der Branche. Unser Umsatz liegt bei über 1,2 Milliarden Euro. Jährlich verlassen mehr als 35.000 Fahrzeuge unsere Werkshallen. In Deutschland kommt jedes dritte, in Europa jedes vierte Freizeitfahrzeug aus unserer Gruppe. Unser Handels- und Vertriebsnetz verfügt schon heute über eine Vermietflotte von mehr als 2.000 Fahrzeugen. Ich möchte jetzt noch mal Carolin Hümmer und stellvertretend für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Magen jeweils alle Geschäftsführerkollegen auf die Bühne bitten. Verehrte Damen, verehrte Herren, das ist die Erwin Hümmer Group. Das ist die Mannschaft, das sind die Gesichter, mit welchen wir die Erwin Hümmer Group in eine erfolgreiche Zukunft führen wollen. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020